m können und die nicht noch mal wiederholen so Wo war der jetzt eigentlich, das Vieh? Wo haben wir das gefunden? Also hier diesmal Lagerölf. Okay. Mach doch einfach ohne. Ich folge. Also ich bin bereit. Verdammt. Und dringend die Pukai-Pukai-Jagd ein. Kurz. Dringend. Wir brauchen Gusto. Und bessere Waffen. Ich brauche ein Erdkristall. Wollte sich schon fahren lassen. Limit. Oh, Limit. So. Wo müssen wir hin? Oh, ich wollte doch noch die Munition verkaufen. Da ist er schon. Hier, komm her. Hier. Zu mir. Da. Warte, ich muss Schleim aufsammeln. Da bin ich mir egal. Wer ist last? Lastly. Dann hinten. كان wir ở Peaks 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 Sachte Peaks Ja, das Schlimme ist, wenn ich in diesem Modus bin, kann ich den Angriff aber nicht mal abbrechen. Oh, wasser? Ich bin außer Puste, läuft. Oh, ein schön kritischer Treffer war das. Du schaffst das schon. Na! Wexer. Oh nein, meinen legendären Angriff ein. Kann es doch nicht geben, Alter. Hey! Pass auf! Das Essen war voll teuer, wir müssten das hier schaffen. Letztes Mal bist du so auf der Straße. Was? Das war ich alleine. Na? Hör auf! Ich bin direkt zu wühlen. Ich bin direkt zu wühlen. Entschuldigen Sie alle, das kumpelst. Ich bin direkt zu wahren. Untertitelung. BR 2018 Hey, was ist das? Ich habe dir doch gar nichts getan. Oh, nur Eisenerz hier rausbekommen. Ja, das Monster ist da und ich hatte gerade den Kristall. Ich habe mich nicht getroffen. Gehe ich ja. Oh, passt. So ein Millimeter verfehlt oder was? Ja, und er hat mich dann dadurch, dass ich ihn verfehlt habe, hat er mich natürlich erwischt. Das redet schon wieder weg. So ein Millimeter verfehlt. 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 kannst du mit der schleuder monster ablenken ich habe keine ahnung 60 schaden oder so gemacht aus fernkampf einfach um das fiege aufzunehmen hatte es auf einmal keinen bock mehr oder was ja ja die dinge haben auch ap ich werde tot gewesen weil ich genau auf dem kopf gelandet bin hier unten in der höhle oh nein das ist wütend ciao Ja Das haut gerade wie aus der Gelacht, ne? Ja Ja, ich schaffe nur gerade noch ein bisschen meine Waffe. Sorry, ich werde gerade ein bisschen aufgehalten. Macht auch. Ich brauche nämlich noch einen Erdkristall. Nur Eisenerz mache ich jetzt. Jetzt bekomme ich kürzer. Ich höre dich kämpfen. Das zirkt ihn gar nicht. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Ich habe ihn getötet. Schuppe. Und Lederhaut. Monster Knochen S Monster Knochen Wie ich immer ganz hellenhaft in meinem Buch lese Mit meiner Feder am Kopf Ja Alles nehmen Ostkugel Ostkugel, okay Alter Knochen Ja, warum nicht Prachtfeder, Schnabel Schleuderschütze Oh, ich hab ein Lichtkristall gefunden 1150 Wert Er ist die ganze Quest, die einbringt Schleuderschütze und Überlebensexperte 22 Mal hab ich das Ding Angebasht Okay, geil Oh, ab nach Hause So Boah, Schall Kleister Auf zur Schmiede Aber wo krieg ich diese Flugdrachenhaut her? Hast du schon davon eine? Flugdrachenhaut? Naja Also irgendwie Ich brauch noch ein Erdkristall dringend Dann kann ich meine Waffe nochmal ein bisschen upgrade So Dadurch hab ich jetzt mehr AP Schild Also mehr Verteidigung Alles gut Ich hab mir jetzt ein paar Handjelenke neu bauen lassen Was soll ich herstellen? Was soll ich herstellen? Auch von diesem Kulu Kulu Set Pflugdrachenhaut So So Den Helm Könnte ich mir auch schon basteln Aber Ja Ja, es macht's 10 Verteidigungen Warum nicht? Ich brauch Erdkristalle Das Blüten-Set hat einfach mal 18 Verteidigungen Oh, Alter Ja So Handgelenke bitte noch bauen Das ist nur diese Scheiß Schuppen Also brauch ich noch Schuppen und Na, ich würd mal sagen Wir müssen auch einen Anderen Boss noch machen Weil der Flugdrache muss was anderes Er ist wahrscheinlich dieses Ding da Wie heißt das? Das Ding da Ach, du meinst das, was wir jetzt als nächstes Genau, das wird zwar scheiß sein Aber einmal müssen wir noch machen, weil Schuppen Ich brauch noch Leder Schuppen hab ich genug Ja Ich brauch drei Schuppen Ich hab noch vier übrig Aber ich hab zu wenig Leder Mir fehlt zwei, insgesamt So Kann ich meine Ausrüstung verbessern? So, verbessern Ich könnte jetzt abbiegen und da draus Affinität So Hätte ich schon mal zumindest zwölf mehr Ich könnte jetzt nochmal den Schaden hochdrücken, aber will ich nicht Ich muss noch mal kurz in die Kiste ran Objekte verkaufen Und zwar Munition Verbessern Da sind wir bei dem Kudo-Baum Oh, Schuppen fehlen mir wahrscheinlich Oder Erze Kann ich mir aussuchen Dann hab ich den Kudo-Baum fertig Ups Oh, die Munition zu verkaufen Bringt gar nichts Joll Joll Wie viel Geld hast du? 4100 Und du? Fast 10.000 Hm? Was du denn? Achso, du verkaufst ja Aussagen Siehste Ja Und wo verkaufe ich die Sachen eigentlich? Ah, na, Truhe Ich hab schon wieder 400 von diesen komischen Flaschen Oh, ich hab schon wieder 400 von diesen komischen Flaschen Weg 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 Ich hab eine Schuppung da Weg Jetzt hab ich 10.000, jetzt bin ich zufrieden Weg 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 Weg